Hey! Hi ihr Lieben! Ja, saugen muss auch mal sein. Hey, freut's euch auf die neue Folge von unserer Hotbox. Da haben wir demnächst den Blabbermauf. Ich schwör, das ist eine richtig geile Folge. Zwar kein österreichischer Künstler, aber sehr interessant. Freut euch darauf. Schaltet ein. Bis dann. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.